es gibt die Kion die lässt uns in jedem Stich deswegen gehen wir auch in einer rein jetzt ja bisschen dran gearbeitet neue Texturen dies das damit es auch den Ansprüchen eines Slavbunnys gerecht wird oh yeah ne boah das typische die hat überzeugt mit ihrer Leistung wo die Zero mich im Schicht gelassen hat vielleicht habe ich die Zero falsch gespielt könnte mich gerne in den Kommentaren berichtigen aber so bin ich eigentlich zufrieden und ich muss sagen so vom Cockpit her ja diese Streben sind ein bisschen doof aber irgendwie kann man doch mehr sehen als hinter Zero und es ist halt eine Art BF 109 es hat den luftgekühlten V12 ja ich glaube der Daimler Benz V12 DB605 DB601 jetzt nicht so manövrierfähig aber dennoch zuverlässig naja und wir stürzen uns hier auf hier diese beiden Ami Jäger wir gucken nach oben dass da keiner kommt hab schon Angst oder P400 oh mein Gott so F2A niedergeschossen gucken wir was kommen mag Hurricane die ist sogar schneller als ich das ist glaube ich auch windiger ich lasse mir überschießen oh gut war ihr habt das voll falsch gemacht wo ist sie denn hinter mir ich kann die nicht outmanövrieren ne oh ist das dumm ja ich spiel auch gut ich spiel gut die ist schneller die ist weniger als ich was soll ich denn entgegen machen man die Nato kleiner Cake alter der hat sich den nächsten kill ja okay in der F2A ist jetzt auch keine Meisterleistung runter zu holen mal zwei Sekunden drauf schießen und dann ist er da sollte er ja weg sein so Lendinator schau mal was zum Rache gehört so zum Beispiel oder so Kontrolle verloren ich hasse das wer denkt sich denn so ein dummes Feature aus Allah So Nächster Noob ist down Nächster Noob ist down Noob ist down Noob ist down Können wir hier wieder helfen Harrycans, auf dich habe ich heute einen Hass Lass mich nachladen Blaird, wo ist der andere? Leider hier noch einer Oh, heal 2, pass auf Bro Der kann viel tanken Boom Hier einer setzt sich holt den Tag Und wir holen uns die Bodenziele Hey Ich werde angeschossen Von was denn? Ah Ganz cool Ganz lustig Kippt die mir noch in den Arsch Ja Ah Komm overshoote mich Ähm Wie? Wie? Was ist passiert? Oh mein Gott Was ist geschehen? Ja Die G60 hat gute Arbeit geleistet Bringt hier schon Erfahrungsbonus Jo Geiler Macker Dich habe ich heute auf den Kicker Alter Du gehst mir sowas von auf den Sack Kurva Das ist von meinem Premium Abuser Niedergeschossen Weil es ist schlau da In vier Route rein zu fliegen Definitiv Definitiv Ja Nein Nicht in dieser Situation Come on Komm schon Steh auf Steh auf Steh auf Bro Hallo Ich will auch was sehen Digga Das kannst du nicht erzählen Das ist jedes Ja Toll Ich hatte dieses dumme Feature Alter Ich seh nix Ich kann nix machen Alter Ich kann schon spüren wie da Wir sind zu gewinnen Eine F2A Leichtes Ziel Schwerer Schaden Oh nein Okay gut Ey War immer nicht frisch da hinten Alter Du bist tot Das habe ich gesucht Ah Okay Ich darf nicht die V-Taste dabei drücken So Niedergeschossen Wf-109 Friedrich Och Ja Natürlich Diese eine Kugel Die mich in Flammen Auf ihn lässt Danke für nix Warfander Na Kann ich auch was treffen Achso Mein Team Treffe ich Ah Nice Wieder mal Gajin durchgespielt Alter Also theoretisch Haben wir schon lange nicht mehr gehabt Äh Wenn schon dann richtig Mit Wumms Was war da Was war da Ah Tut das gut so Ah Du warst da Ich glaube der Ich glaube der Jetzt die Ja Jagen wir die mal Äh Jade 22 Lenny Schon Cringe der Name Ne Lennynator Haben wir vielleicht Geschützbunker Geschützbunker Und 250 Kilo Bombos Können wir da mal ordentlich Dahin Deliveren Ichbar ¡Beschützbunker! Ichbarke 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 So, die Ki-43 hat sie aufgeräumt, Allah. Schwerer Schaden, jetzt muss ich nachladen. Was schießt er? Mit P-26, gut, wa? Ja, ich bin gleich down. Der Erfolg war nur vor kurzer Dauer. Den wollte ich eigentlich mitnehmen und rammen. Der tankt aber ganz schön viel, wollte ich gerade sagen. Ja, ich bin nicht down. Jetzt bin ich tot. Okay, Glenny. Kleiner Spast. Könntest du nochmal mit Zero versuchen? Irgendwie hat die mich so gar nicht überzeugt in den letzten Games. Kann sich aber noch ändern. Zur Zeit überzeugt mich nur die Ki-61. Yeah. Du lässt mich auch im Stich. Aber das war Surprise. Gastauftritt, immer gut. Boah, 12 plus 1. Sauber. Spiel 8. Das ist auch cute, wie viele hier mit einer F-2 oder mit einer P-6-20 rumfliegen. Ähm, okay. Wie auch immer. Ich hab gar nie so gemacht. Ich schwör's. So, Leninator. Was geht ab? Hast du mir den Anfang genervt? Ist ja wichtig. Ich glaub nicht, dass du mir ausweichen kannst, Alter. Irgendwann schießt er. Ich hab noch zwei geholt. Vielleicht wenn ich steigen könnte... Ah, kann ich nicht. Vielleicht wenn ich landen kann. Kann ich auch nicht. Von Musti. Keba-Verkäufer Musti. Cool, wa? Du bist so laut, bro. Das ist ein schwerer Schaden. So, die Zero räumt hier aber gehörig auf. Oh, gut, wa? Hab ich da von nem Bomber gejagt, Allah. Nix da. Okay, cool. Die Kanonen sind schnell aufgebraucht. Die Maschinen, die wir machen so null. Aber im Ende brennt, ja. Leute, mal hau nach. Bomber geht down. Wunderbar. Assist. Bin ich zufrieden mit. Hab meine 10-Plus-Skills. So, der brennt wunderbar. Das ist auch nicht mal wert, mit meiner Kanone beschissen zu werden. Hoppa. Ich kann hier sogar ausmanövrieren. Ja, fast. Jetzt muss ich runter. Auch gut, wa? Hab ich jetzt was verloren? Oh, halt. Gut. Wir haben noch die alte Key 44. 18-Kills. Yo. Das ist ja wieder ne... Oh, ich love the Pirot. Ja, das war... Die Giga-Rasur. Yeah. Ja. Ne richtig gute Schlacht. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ja, Forschung geht weiter. Wir haben ein nächstes Flugzeug wahrscheinlich. Yes, so. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Kommentar da. Und ein Abo auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Uumba. Uuba. Uissa. Uumba. 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 Undition. Und hangs. trapped. Eu medalist bin Glass. Ich, Tim. Ich, Tim. Ich, Tim. Ich, Tim! Ach. Ich, Tim! Ich, Tim! Ich, Tim! Undした. Ich, Tim, Eu bibliothe 그래. Ich, Tim! Ich, Tim! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020